Und weil Sie ja jeden Tag das Ende dieser Koalition herbeirufen, möchte ich Ihnen sagen, wir sind ganz entschlossen, das fünf Jahre miteinander weiter zu machen. Und das muss ich bloß einmal in der Unterlage suchen. Sie haben in Ihrer Erwiderung auf die Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten, ich glaube, es war am 8. Juni gewesen, Ja, das ist immer, da haben Sie den schönen Vogel des Kiwis bemüht, dieser neuseeländische wunderbare Vogel. Und Sie haben uns dann vieles wissen lassen. Der Herr Kretschmann wusste das schon alles, aber ich habe dazugelernt über die Krallen und den Schnabel und die Flügel. Aber eine Tatsache, und das habe ich nachgelesen, Herr Kollege Dr. Rülke, die haben Sie unterschlagen. Und das finde ich nicht in Ordnung. Das ist nämlich das, was man unter der Kategorie Fortpflanzung dort zu finden hat über den Kiwi. Und dort heißt es, ich zitiere das wörtlich, als monogame Vögel suchen Kiwis erst einen neuen Partner, wenn der alte gestorben ist.